tja guten morgen liebe leute als erstes katze futtern und heute ist flohmarkt ich freue mich jetzt runter und ist jetzt halb neun um zehn macht der flohmarkt auf aber ich muss noch vorbereiten deswegen konnte ein bisschen früher runter bereits schon ein bisschen was vor und dann aber schauen wie es läuft wenn ich band ein gesundes deutschland sich hier als welcher zwölf wir haben die blüffkasten kaputt geklappt ja ja klar ist ja nicht auf der erde die hat so post also wissen wo die post ist aber nicht auf der herde hab das da gerade gesehen mit der weihnachtsbauer das ist ja nicht das erste mal wo sie dem das zwittert und der mauer und die karte kaputt geklappt aber morgen wir sollen das neue wünschen machen wir sollen das neues jahr hallo wir sollen das neues jahr ich bin der nette ja eigentlich schönes wetter aber dazu muss es richtig kalt sein das wird gut ja das stimmt dann ist es wie sie ne ich muss ja noch den motorrad fahren das ist nicht ich muss ja noch den motorrad fahren das ist nicht aber jetzt nicht aber jetzt nicht aber jetzt nicht aber jetzt nicht aber ja ja das sieht doch aus das ist ja das ist die fahrerplanung immer da kann im raum bist ja nein das müsste ich noch nicht naja hier ne was tust du denn der Katze gehts gut ja 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 das ist wirklich traurig also sie ist eigentlich nur eine ganz viertel Katze gewesen und aber sie hat so abgebaut ja sie wird 15 naja also ganz jung ist sie nicht mehr ja aber ich weiß nicht also jetzt gestern ging sie ja nicht so mit den Schafen ja 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 diesen ich ja ich Das ist so schwer, Wolke. Nein, nein, nein. Genau, ist doch gut. Ja, überlegt sich das passiert. Na ja, doch. Die Städte kommen jetzt aus unserer Schule. Ja. Und man macht den Sohn. Sohn? Was soll der machen? Der ist fertig mit der Lehre jetzt im Januar. Kann der Lehre machen? Ich weiß nicht, ich hoffe, der steht da. Dann hat er einen Grund zu machen. Na? Ja, ja. Nee. Ach, Mensch. Komm mal zur Schule durch. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Ja, bitte? Ja. Es gibt ein Ventil. Ein verbrochenes. Ja, gut. Na ja. Was ist ausreichend? Können wir vielleicht einen neuen Schlauch verkaufen? Ja. Oder so? Ja. Das geht auch. Weil die Werkstatt ist heute nicht geöffnet. Da war nur Trudelrahmen heute. Okay. Das hatte ich auch gedacht, ja. So. Gucken wir mal. Rennradschloch. Ja. 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 Eueruchen. Ja. Ja. Zähne Rücken. Thorsten ist da und sein Rücken ist kaputt. So ist es. Das ist schön, dass du das einrichten konntest. Sammy, bitte. Es ist heiß über dem Henkel. Ich hatte keine Schüssel mehr. Sowieso nicht. Und, wie geht's? Ja, ist okay. Du bist da einfach offen und brauchst es wieder da. Ja klar, wir haben bestimmt die Läden. Heiß, ungerecht drauf gewartet. Oh nee. Was denn? Was ist das? Oh, scheiße. Was ist das? Kannst du noch mit heute Schockzeugen unternehmen? Ja. Ich hab heute gehört, wie Lume total diskutiert hat bei Barbara. Nein, Lume, wir machen jetzt das. Und nun mal nee. Und jetzt hab ich dann später gefragt, was das war. Und sie meinte, du musst die Schliesseln geblieben. Wom kommt ich? Sie weiß jetzt, wie es geht, hat sie gesagt. Aber das ist doch nicht so ein Ding, dieses Fungige, ne? Ja. Das ist doch nicht so ein Ding, dieses Fungige, ne? Ja. Ja. Na, nach oben. heute so hat heute mit trödel wo man immer einnahmen schenken denn guck mal mal überaus erfolgreich wird man sagen aber das kaum jemand in der stadt ist findet schon gut und müssen speil aber auch so viel 6 18 12 50 60 165 170 175 finde ich auch für den kram ja meine für den ersten tag also das ist ja wirklich auf dem markt machte mehr aber das ist doch gut schön dass du hier und waren das alles wie ihr nachbarn ja es war ein altes das ist ja ging du bist ein klitsch Nein. Was bist du denn? Ich bin ein Skadi. Du bist ein Skadi. Ein echtes Skadi? Hast du ein echtes Skadi gewonnen? Oh mein Knuckibucki. Ich liebe dich so. Röder. Aber Röder. Aber Röder. Ja und dann? Füllestecken. Füllestecken. Jo. Jetzt fahre ich noch zu einer guten alten Dame. Sie hat gemeint, sie hat noch ein paar Bierkrüge unter der Bank zu liegen. Kann man ja Glück haben, dass sie wirklich alte sind. Es ist uns ja eingefallen. So, jetzt fahren wir zu der guten Dame. Zu welcher Bogen? Und schauen mal, was sie mir anzubieten hat. Ich bin mal sehr gespannt. Du hast gesagt, du weißt nicht, wo wir hingehen. Klar weißt ich, wo wir hingehen. Ich habe sie gefragt, wo wir hingehen. Da hast du gesagt, ich weiß nicht. Ja. Und? Egal. Und jetzt? Willst du mich verklagen? Nein. Kann ich doch nicht sagen. Wenn ich das vor allem sage, wollen sie alle mitkommen. Das ist eine alte Frau. Die habe ich heute getroffen hier vom Laden. Und die hat mir angeboten, alte Sachen, weil sie sagt, sie hat da noch ein paar alte Kühe oder sowas. Krüge. Nicht Kühe. Keine Kühe. Krüge. Eine alte Kühe nicht. Und neue Kühe wüsste ich erstmal nicht direkt, wohin damit. Ich weiß, es ist auf dem Hof. Auf dem Hof? Bei uns? Ja. Das wird stinken. Kühe. Kacken nehme ich unheimlich viel. Ich weiß. Das geht nicht. Dann packen sie in unser Haus rein. Die kacken nicht ins Haus, aber die kacken auf dem Hof. Und die kacken in seinen Kassen. Und die kacken in seinen Kassen. Die kacken. Kacken, kacken, kacken. Kacken, kacken, kacken. Kacken, kacken, kacken. Kacken. Sehr schön. Sag mal. Heimagentenausrüstung eingebaut. Ah ja. Hallo gute Frau. Bitte. Ich hab mal meine Tochter mitgebracht heute. Was macht ihr nicht? Ich hab mir gerade vielleicht kennengelernt. Ich hab gerade mein Fernseher vorgestellt. Auch noch? Ich hab keine Ahnung davon. Na ja, komm mal hin Anouk. Also ich hab auch nicht viel Ahnung, weil wir haben gar keinen Fernseher. Aber Technik ist ja eigentlich immer gleich. Ziehen wir euch schon aus? Da sind jetzt wieder gar keine Programme drin. Ich weiß nicht. Na, das läuft ja alles über so einen Receiver, ne? TV, BT oder so. Keine Ahnung. Hey, sie sind neue Fernseherin. Die war doch nicht. Die Krüge waren leider nichts. Die waren halt neu. Also 70er Jahre und... 70er Jahre. Also 70. 1970er Jahre. Das ist das Problem. 1880, 1890, 1900, 1910 und 1920. Ende. Was anderes nicht? Ja, aber das wäre gut. Und 1980 hat sie gehabt. Und 1970 bis 80. Und ähm, neun... Papa hätte gern neu... Also ähm, acht... Zehnhundert... 80. Genau. Das ist auch die Mumpf. Wann? Wie schnell kann sie werden? 1880. 1880. Ja, war ne nette Frau. Und? Na, hier. Die vor nichts. Oh, kann man merken. War das? Ne, war leider... 10 Euro. Doch nicht so alt. Hat 10 Euro gekauft. Ne, die waren die typische... 80er, 70er, 80er Jahre. Das war hoch, aber... Nur, dass meine ja wenigstens Reservistenkrüge nachgemacht sind. Auch wenn so... Versammleranfertigungen sind schon. Also leider... Nein. Alte Krüge hätte ich gerne gekauft. Ich gucke gerne Bierkrüge. Und so alt und weil man nicht gut verkaufen kann. Ach, gut. Liebe Leute. Das war's für heute. Ich schneide jetzt und werde dann später hochladen. Es wird ewig dauern mit Rändern, weil... Er muss erst mal 5 Stunden... Rändern. Ungefähr dauert 5 Stunden. Da war ich 5 Stunden komprimiere das Material. Wahnsinn. Ja, mit. Also... Wir sehen uns morgen mit dem zweiten Tag des Trödel... Der Trödel-Aktion. Mit dem ersten bin ich ehrlich gesagt, ich bin ja zufrieden. Bin total gut. Und jetzt sagst du dazu mal ich's? Ja. Schon so gut. Ja. Ich meine so... Und wir haben Besuch gehabt. Von Annette und Ringo. Seid noch mal gegrüßt und schönen Dank für euren Kauf. Das war sehr nett und immer wieder schön, wenn er vorbeikommt. Also... Das ist... Immer gerne sehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommi.